hallo hier ist der martin von meinem anki ist das die dax analyse für nun donnerstag 15 7 2021 und dies ist eine automatische bandansage bitte schauen sie sich das video vom gestrigen tag noch mal an ja also ich kann heute einfach nichts erzählen ja der folgt hier einfach rum der chill der pen der popelt in der nase kreuzig die eier was nicht alles machen kann unser dax hat momentan kein stress absolut nicht ja dem geht es gut scheint wohl gefüttert zu sein gut genährt kriegt wahrscheinlich auch in der sideways range hier gutes futter reingedrückt wir sind im rücklauf gewesen auf der 7 10 7 35 hatten wir eine analyse darüber gesprochen dass der bereich wichtig ist sehr technisch wichtig ist der wurde ganz gut unterstützt hat man also das sollte jeder erkannt haben 100 hat es hochgetrieben kein neues hoch geschafft oder doch ach war ein punkt drüber ja ein punkt drüber gewesen oder zwei aber da fehlt noch ein bisschen was das hat nicht gereicht 8 15 war glaube ich sagt auch hier gewesen vom montag dienstag wenn ich mich nicht täuschen vom montag das heißt jetzt noch nicht raus halten 3 schafft es nicht heute mal wieder aber fällt auch nicht richtig und das verteidigen von der 7 10 hat eigentlich auch auf jeden fall gezeigt dass die käufer hier schon relativ früh bereit sind wieder zu stützen da würde mich nicht mal wundern wenn er bald mal aufwärtskipp kommt und er dann war doch ein paar punkte mehr durchzieht da bleibt weiterhin oben die 8 80 erreicht und die 9 40 sollte er es dabei aber belassen und nicht nach oben rausgehen und jetzt anfangen unter die 7 10 zurückzufallen ja dann wird es langsam eine kleine trendumkehr weil dann hat er hier oben eine abgeschlossene top bildung jetzt halt so was dauert immer eine weile das ist wie eine bodenbildung im dax das ist auch eher ein mühseliger vorgang sollte das wirklich eine top formation werden dann brauche ich schon aber unter 7 10 dann brauche ich unter 6 70 ja also wenn er mir die jetzt noch nach unten umtriggert dann wird er wieder ein bisschen shortiger und macht sich dann platz bis 5 50 5 10 ja eigentlich sogar 4 20 eher das ist das offene gäbe was hier noch unten ist aber das habt ihr alles die letzten tage gehört das ist absolut unverändert schafft das hier oben mal richtig raus so 8 20 8 30 das wird schon vollkommen reichen schön stundenschutz über 800 wird wahrscheinlich auch schon reichen selbst daran scheitert es ja momentan halten also nur so durchgestecher da kommt nicht viel bei rum also trotzdem nicht zu schlecht treten halt nur weil er nicht steigt er fällt halt auch nicht das ist ganz wichtig das ist ganz wichtig in dem moment wo er jetzt steht top bildung hin oder her wenn dann aufwärtskipp kommt und er steigt oben drüber das ist eine fortsetzung des ausbruchs der ja noch immer aktiv ist und er jetzt auch bestätigt und verteidigt wurde ja das heißt fängt er an um zu schieben auch zum donnerstag lasten laufen vielleicht 8 80 durchaus erreichbar 9 40 könnte mir vorstellen dass von einer der marken auch deutlicher zurückgepresst wird aber der ausbruch ist aktiv das heißt dort dann auch tatsächlich als mindestens eine rote stundenkerze würde ich schon sehen vorher würde ich mich da nicht gegen stellen ja oben ja und unten muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen wenn er jetzt da bloß zum donnerstag hier einmal drunter macht und er hat eine fette grüne kerze rein erinnert euch an die letzten wochen montag dienst am mittwoch eher so träges verhalten donnerstag freitag oft mit der tiefbildung und dem auftreten nach oben raus ganz oft gewesen die letzten wochen da würde ich jetzt insbesondere in der situation auch ein bisschen aufpassen wenn der donnerstag jetzt zum beispiel tief unten rausgeht und dann grün wieder einspringt solange rot ist auf dem shorten aber wenn der donnerstag dann anfängt auf grün zu gehen fette grünen stundenkerzen reinzustellen und dann brachial nach oben zu drücken ich glaube dann sollte man vielleicht auch einfach mal eine kurze longposition probieren und wenn es dann nicht klappt dann hat man zumindest in dem moment probiert und wenn es dann nicht klappt dann kackt er auch richtig ab dann zieht er richtig unten raus und dann fällt er auch am freitag noch mal rein das ist dann vollkommen legitim da vielleicht mal einen kurzen stopp zu kassieren hauptsache man haut nicht die ganze zeit in die roten kerzen der long rein das ist auch nicht gesund naja auch wenn es viele damit immer klick haben aber es ist schon sinnvoller dann kleines umkehrsignal eben auch abzuwarten und in die erholung dann rein die longposition aufzubauen ja das soweit die perspektive oben unten alles unverändert 710 bleibt trotzdem unterstützung auch wenn die abgabe worte kann auch noch mal halten aber wie gesagt geht er tiefer drückt sich drunter wird es ein bisschen anfälliger um eben auch mal ein bisschen weiter zurück zu schlagen und 670 vielleicht hier sogar noch naja guck mal hier die 202 stunden linie 630 rum also ich glaube ich glaube wenn wir so tief reden dann ich glaube der wird sich eher auf der roten linie hier entscheiden die liegt aktuell exakt auf 700 wenn da eine fette grüne stundenkasse nach oben los rennt ich glaube dann hat er aus seinen tages tief dann dort drauf gestellt und dann geht er wieder hoch an die 800 und probiert nochmal mit seitwärts ob er dann oben rauskommt und wenn er oben rauskommt wie gesagt ne also schöner stundenschuss da über den ganzen hoch das wird schon vollkommen ausreichen dann gehen 880 auf 880 und 49 das wären die nächsten folge ziele der ausbrust noch aktiv die ziele sind gültig mehr brauche ich euch nicht erzählen insofern wünsche ich euch einen wunderschönen donnerstag nicht kirre machen lassen naja bringt bisschen ruhe rein im zweifel halt auch einfach mal zwei drei stunden weggucken statt sich irgendwelchen quatsch dann rein zu rein zu fummeln wenn er nicht will dann will er nicht halt ne aber ähm Donnerstag und Freitag die waren die letzten die und ehrlich sind die ganzen letzten Dienst am Montag waren alle irgendwie ein bisschen ein bisschen so träger ja oft aber auch nach unten gerichtet und Donnerstag Freitag ja meistens nochmal so ein tief gesetzt und dann ging es auch bis wochenschluss äh nochmal richtig hoch halt ne das war das Muster der letzten Woche ja um das zu zu reißen muss er wirklich da muss ich unten das alles raus nehmen muss raus fette roten schuldenkatzen und unten flach liegen bleiben flach liegen bleiben keine kein ansatz für irgendwelche rückläufe bringt weil sobald der ansätze auf rückläufe die tränen denn doch wieder hoch auf 800 hat dann kein sinn also da muss er wirklich tief und dann jede grüne kerze auskontern und dann auf stundenebene und dann dann kann er auch tief kommen auch über Donnerstag Freitag aber letzten woher das nie hingekriegt hat naja also ja was soll ich dazu sagen na also da sollte man stundenkerzen auf jeden fall jetzt zum donnerstag im blick behalten die zonen hier unten bereich hier oben und dann zielbereiche alles unverändert insofern ich wünsche euch was bis morgen tschüss